Ist Ian Marzen ein heißer BVB-Kandidat? Zieht es Thilo Kerrath zum FC Bayern? Und Freiburg will Wilfried Gnonto und Hannibal Mabry? Das unter anderem die Themen in diesem Video und in dem Sinne gehen wir rein. Der BVB macht bei Ian Marzen ernst. Neuesten Medienberichten der BILD, WIRTBALL INTERNATIONAL und 1908.NL zufolge Prüft Borussia Dortmund in intensiven Gesprächen inwiefern ein Wechsel des 21-jährigen Niederländers zum BVB realisierbar ist. Wie wir alle wissen braucht der BVB dringend Verstärkung auf der Außenverteidigerposition und gerade auf der linken Seite ist man ja besonders dünn besetzt. Gerade wenn man eben auch bedenkt, dass Rami Benzebaini zum Start der Rückrunde beim Afrika Cup sein wird. Ian Marzen, der ein oder andere, der den Transfermarkt und die Gerüchte schon länger im Blick hat, ist ja schon länger ein Kandidat beim BVB. Wenig überraschend taucht sein Name auch jetzt in den Medien wieder auf. Der Vertrag von Marzen beim FC Chelsea läuft nur noch bis Sommer 2025 bei einem Marktwert von aktuell 20 Millionen Euro. Das große Problem ist allerdings, dass dem BVB für das Wintertransferfenster ohne Abgänge nur ein sehr begrenztes Budget zur Verfügung steht. Weswegen eine Laie-Mitkauf-Option hier das naheliegendste Szenario wäre. Doch auch hier wird es sehr knifflig, denn wie die Bild berichtet, ist eine Laie laut Premier League-Regel nicht möglich. Da Chelsea bereits das Kontingent an Laie-Spielern ausgeschöpft hat. Ich habe mal versucht die Regel zu finden, aber leider habe ich bei Google nur die FIFA-Regel gefunden und die lautet 2024, also ab 2024 dürfen nur noch 6 Profis verliehen werden, um dem Prinzip der Lorn-Armies entgegenzuwirken. Aber auch hier wird es interessant, denn laut eben dieser Regel, an der Stelle berufe ich mich auf Kicker-Informationen, sind 21-Jährige und Jüngere sowie Spieler, die im Verein ausgebildet wurden, von dieser Regel ausgeschlossen. Wenn es also nach der FIFA-Regel geht, dürfte eine Laie von Marzen eigentlich kein Problem sein. Doch wie es aussieht, hat die Premier League da aus BVB-Sicht leider andere Regularien. Naja, nehmen wir es einfach mal so hin, dass der BVB Marzen wohl nicht ausleihen kann. In dem Fall wäre natürlich Kreativität gefordert, den Deal trotzdem irgendwie über die Bühne zu bringen. Dass der BVB mal eben so um die 20 Millionen auftreiben kann, ist eher unwahrscheinlich, zumindest wenn die zahlreichen Berichte über die finanzielle Lage stimmen. Und ja, eine Laie ist, wie es aussieht, aufgrund der Premier League-Regeln auch nicht möglich. Die einzige Lösung, die mir da einfällt, wäre also eine geringe Grundablöse mit leicht zu erreichenden Bonuszahlungen. Ein solches Modell sollte zumindest relativ realistisch umsetzbar sein, insofern Chelsea da halt mitspielt. Einen Vorteil, den der BVB laut Bericht aber bereits auf seiner Seite hat, der Spieler selbst wäre auf jeden Fall bereit für einen Wechsel zum BVB. Und auch die Gespräche mit Chelsea sollen angeblich auf einem guten Weg sein. Aber es wird halt sehr spannend sein zu beobachten, wie denn dann am Ende eine mögliche Umsetzung aussehen wird, falls es denn dazu kommt. Was man hier aber auf jeden Fall auch nochmal sagen muss, sollte es irgendwie klappen, dass Marzen zum BVB wechselt, dann halte ich persönlich diesen Transfer aus sportlicher Sicht, vor allem was das Entwicklungspotenzial angeht, für deutlich interessanter, als wenn im Winter ein Sergio Reguilon kommt. Aber das ist nur meine Meinung dazu. Ein Spieler, der laut Daily Mail und Food Mercato ein Kandidat beim FC Bayern sein soll, ist Thilo Kehrer. Es heißt, Thomas Tuchel plant ein Gespräch, um sich ein erstes Bild von den Absichten und der Verfügbarkeit des 27-jährigen Ex-Schalkers zu machen. Hier ist es ja so, dass Bayern im Winter nach einem Spieler sucht, welcher in der Defensive sowohl in der Innenverteidigung als auch über Außen zum Einsatz kommen kann. Hinzu kommt auch, dass er und Tuchel sich aus gemeinsamer Zeit bei Paris Saint-Germain kennen. Klar ist aber auch, dass Thilo Kehrer keine 1A-Lösung für die Ambitionen des FC Bayern darstellt. Ich meine, wir sprechen hier von einem Spieler, der gerade bei West Ham keine großartige Rolle spielt. Klar, als Backup ist er vielleicht kein schlechter, aber wenn man bedenkt, dass er im Grunde in die Fußstapfen eines Benjamin Pavard treten soll, dann sprechen wir hier meiner Einschätzung nach schon von einem merklichen Downgrade. Sollte Bayern hier aber tatsächlich ernst machen, würde West Ham Kehrer wohl ziemlich sicher keine Steine in den Weg legen. Neben Bayern gelten übrigens noch Vereine wie Eintracht Frankfurt, Sevilla, Milan, Oroma oder Nizza als interessiert. Alles Klubs, wo ich ihn sportlich allerdings dann doch eher sehen würde. Vor allem auch mit Blick auf einen Stammplatz. Meine persönliche Einschätzung zu Kehrer und Bayern. Also ich kann mir schon vorstellen, dass er mit auf der Liste möglicher Kandidaten steht. Vielleicht wird es auch wirklich ein Gespräch geben, aber ich gehe auch davon aus, dass Thilo Kehrer für den FC Bayern nicht die A-Lösung sein dürfte, sondern er eher ein ernster Kandidat werden würde, wenn sportlich attraktivere Alternativen nicht zu haben sind. Ich bin da dennoch mal richtig gespannt, dass die Bayern auf der Position aktiv werden dürfte jedenfalls so sicher wie das Arm in der Kirche sein. Ein Verein, bei dem es im Winter auch richtig interessant werden kann, ist der SC Freiburg. Wie Fabrizio Romano berichtet, sind die Breisgauer an einer Verpflichtung von Manchester United Talent und Mittelfeldspieler Hannibal Mabry interessiert. Der 20-Jährige verzichtet für einen Klubwechsel sogar auf die Teilnahme am Afrika Cup, um direkt vom Start weg bei seinem neuen Verein voll dabei sein zu können. Im Raum steht eine Laie des Spielmachers. Neben dem SC Freiburg gelten Olympique Lyon und der FC Sevilla als Interessenten. Wichtig wäre zu erwähnen, dass Manchester United eine Option ziehen kann, welche es erlaubt, seinen Vertrag um ein weiteres Jahr zu verlängern. Andernfalls könnte Hannibal nicht verliehen werden, da sein Vertrag im Sommer 2024 ausläuft. Und ein weiterer Kandidat, der vor allem auch im letzten Sommer schon immer wieder mit Freiburg in Verbindung gebracht wurde, ist Wilfried Gnonto, der 20-Jährige Flügelstürmer, spielt beim englischen Zweitligisten Leeds United unter Daniel Farke nur die zweite Geige und kommt meistens nur für die letzten 20-30 Minuten von der Bank. In Freiburg sieht man in Gnonto dennoch weiterhin einen sehr interessanten Spieler und aufgrund seiner Situation wird man da jetzt im Winter natürlich auch genauer hinschauen. Möglicherweise öffnet sich jetzt die Tür, um einen Wechsel zum SC realisieren zu können. Klar ist aber auch, dass Freiburg für Gnonto ziemlich sicher einen Ablöserekord brechen müsste, denn bis dato hat Freiburg noch nie mehr als 10 Millionen Euro für einen Neuzugang ausgegeben. Aber laut der Bild wäre man wohl bereit für Gnonto um die 15 Millionen plus Boni auf den Tisch zu legen. Da Gnonto weiterhin ein sehr, sehr spannender Spieler ist, der über richtig viel Potenzial verfügt, sowohl sportlich als auch im Weiterverkaufswert, wäre das schon ein echter Hammer-Transfer für Freiburg. Und auch für Gnonto selbst sehe ich im SC ein sehr gutes Ziel, um seine Weiterentwicklung wieder voranzutreiben. Bedenken muss man ja dennoch, dass sein Vertrag bei Leeds United noch bis 2027 gilt und im Verein ist noch keine finale Entscheidung über seine langfristige Zukunft getroffen worden. Von daher wäre es auch keine große Überraschung, wenn dieser Transfer auch diesmal nicht zustande kommt. Aber ich glaube schon, dass die Chancen für Freiburg, Gnonto zu bekommen, selten bis nie so gut standen wie jetzt. Was ich mich persönlich halt noch frage ist, wie hoch denn dann die Forderungen von Leeds United wären. Der Marktwert von Gnonto liegt bei 16 Millionen Euro, Vertrag wie schon erwähnt bis 2027. 15 Millionen Euro plus Boni wären da schon ein relativ geringer Preis. Also ich kann mir vorstellen, dass Leeds da wahrscheinlich mehr verlangen würde. Aber warten wir es einfach mal ab. Der SC Freiburg und auch wir behalten die Situation selbstverständlich weiter im Auge. Und wenn es was Neues zu berichten gibt, werde ich mich wie immer bei euch melden. In der Endcard findet ihr jetzt noch ein paar meiner neuesten Videos. Und ja, ansonsten lasst an der Stelle gerne noch ein bisschen Support da. Und wenn ihr nichts mehr zu den spannenden Themen der Bundesliga verpassen wollt, dann wisst ihr auch was zu tun ist. Und in dem Sinne, Freunde, ihr wisst Bescheid. Macht's wie immer besser und bleibt am Ball.